Junge, was macht der? Oh! Plus. Das ist anders nice, ey. Nochmal. Ob ich vielleicht einmal ein Lieblings-No-Limit habe? Hm. Ich hoffe, der zahlt jetzt nochmal, weil wir sind mit dem Einsatz hochgegangen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Connecten, connecten, connecten. Hallo, Torben. Alex, grüß dich. Seit wann bist du denn da? Hattest du dich überlesen? Hallöle, hallöle. Und danke schön, Torben. Oh, ein J auf eins. Ein J auf eins. Immer noch das J auf eins. Komm. Du Sau. Eine Connection noch bis Wild. Ja, da kommt nichts. Jawohl. Okay, erste Wild am Start. Zwei Spins. Weitermachen. Komm. Sehr gut. Connecten, connecten, connecten. Sehr gut. Noch zweimal connecten. Schade. Oh, okay. Ich hoffe, die werden auch gut. Und? Yes. Nächste Wild am Start und nächsten zwei Spins. Boah, die Zahnspange, die neue. Die ist so eng. Ich glaube, ich bin Hardcore am Lispel gerade. Kann das sein? Echt schwierig, immer damit vernünftig zu reden. Oh. Merci. Push, 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 push. Jawohl. Zwei Connections noch. Die neuen. Die haben wir gebraucht. Sehr gut. Zehn auf eins. Oder diesen Totenkopf auf zwei. Das geht auch. Sehr, sehr nice. Stabil. Und das nächste Wild am Start. Komm, Kopf auf zwei. Oder? Schade. Weil wir über 30 Grad haben, Street Team. Viel zu warm. Bam, bam, bam. Komm, schön mit dem Wild connecten. Jawohl. Lieben wir, lieben wir. 4X haben wir. Hä? Doch keine 4X. Hat doch mit einem Wild connected. Uh, 103 fürs Kuh. Uh. 132, 72. Komm. Ein bisschen was fehlt noch, ne, mein Freund? Jawohl. Nächste Wild ist da. Vier Connections. Komm. Wir haben noch 14 Spins. Drei Connections. Mach es. Mach es. Komm. Multimus mit Wild connecten. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Yes, here we go. Wir sind auf 4X. Stabil. K auf 2 wäre es gewesen. Come on. Du musst was machen. Okay, gut. Nehmen wir. Eine Connection noch. Yes, here we go. Und wir haben 5X. Und wir haben 5X. Alter, falter. Dieses Game ist geil. Komm, push dich. Push, 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 push. Na, wir brauchen Multis. Multis auf dem Brett. Spielbrett. Spielfeld. Mach es. Komm. Wir haben noch so viele Spins. Du musst doch irgendwas geschissen kriegen. Aha. Dankeschön. Sehr nice. Wir haben 6X. 6X. Aber viel zu wenig Wilds. Viel zu wenig. Ey, keine Wilds, keine Multis. Was macht er denn? 6X. Ach nee. Ach nee, komm. 6X. 5X. Oh, das ist Scam. Deine Scheiße, Ernst, Junge. Oh, weia. Besser ist es. Besser ist es. Uh, der sieht nice aus. Uh. Komplette Feld frei geräumt. Und Platz für Multi. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Alter. Junge, was macht der? Nein, Multi auf 3. Junge, Multi oder Wild auf 3. Multi oder... Nein. Multi oder Wild. Bitte, Multi oder Wild. Oh mein Gott, komm. Multi oder Wild. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Junge. Leute, habt ihr das gesehen? Oh. Oh, Multi auf 2. 1 und 2 jetzt. Nein. Komm, nimm nochmal den Multi mit. Wir sind bei 9X. Jawohl. Jawohl. Ja. Alles connecten, was geht. Oh mein Gott, mach es einfach. 11X. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, ihr hört auf. Wir haben nur noch einen Spin. Wir haben nur noch einen Spin. Komm, 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 komm. Äh, nein. Er verkackt den letzten. 1.500. Leck mich am Arsch. Was ist das denn für eine geile Maschine, Leute? Jo, auf 60 Cent. Und ... Wir kommen alles hin.